Dieser Wein ist was ganz Besonderes, denn er wurde geschaffen von Legenden. Zwei Kulturen und zwei verschiedene Stile der Weinmacher. Doch ein gemeinsames Ziel brachte diese beiden zusammen. Den französischen Weinmacher Michel Roland, das R, und den spanischen Weinunternehmer Javier Gallaretta, das G. Ihr Ziel war ein spanischer Spitzenwein mit internationaler Klasse. Und das ist er. Ein moderner, fruchtiger Rotwein mit einer unfassbaren Balance. Einfach sehr, sehr gut, wie man es bei diesen beiden Filtern auch erwarten darf.